Im nächsten Video geht es um die bedingte Formatierung. Ich habe jetzt hier mal eine Liste erstellt mit entsprechenden Werte. Ein Wert ist negativ. Ich mache jetzt nur mal die positiven Werte. Wenn ich also den Bereich markiere, sagt bedingte Formatierung, Datenbalken, wähle eine Farbe aus. Und dann sehe ich, hier werden entsprechende Farbbalken gesetzt, wobei dann wichtig ist, der größte Wert ist dann als 100% anzusehen. Und jeweils dann vom Wert her weniger, werden dann prozentual die Farbbalken nach hinten gesetzt. Wenn ich das Ganze erweitern möchte, also ich habe dann den negativen Wert dabei, dann sieht man, dass hier eine Achse entsteht und die negativen Werte, die werden sich dann praktisch in den linken Bereich dann bewegen. Wenn mir das nicht ausreicht von der Formatierung her, kann ich auch natürlich entsprechend sagen, Datenbalken, weitere Regeln. Und hier kann ich weitere Einstellungen vornehmen. Ich kann die Farbe nochmal entsprechend ändern. Ich kann sagen, ich möchte einen Rahmen um diese Balken haben. Ich kann auch sagen, ich möchte den Balken nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links gesetzt haben. Dann beginnen die praktisch auf der rechten Seite. Und so kann ich dieses Diagramm noch entsprechend verändern. Dann kommen wir zur Farbskala. Ich habe jetzt hier mal die durchschnittlichen Regentage verwendet. London, München, Paris. So, dass ich dann hier so einen Trend abzusehen ist. Ich markiere mal den Bereich hier entsprechend, bedingte Formatierung, Farbskalen, suche mir eine raus. Und das sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Ich habe zwar hier den kleinsten und den höchsten Wert und dazwischen ist das so ein Farbenwirrwarr. Aber wenn ich hier hergehe und sage, ich möchte mal genau unterscheiden, wo ist denn der kleinste Wert, der höchste Wert und möchte ihn entsprechend rausarbeiten, dann sage ich hier weitere Regeln bei Farbskalen. Und dann kann ich hergehen und erstmal stelle ich das um auf drei Farbskala. Dann gehe ich auf Zahl und sage mal, naja, der Wert, der mir hier angezeigt werden soll als Mittelwert, der ist 40. Und der soll weiß dargestellt werden, also neutral. Der höchste Wert, dadurch, dass Regentages sind, würde ich sagen, ist das im roten Bereich anzusiedeln. Und niedrigster Wert, das möchte ich letztendlich rausbekommen, weil ich sage, okay, beim niedrigsten Wert wird der Urlaub dort interessant. Sage ich, okay, und schon habe ich hier eine genauere Darstellung von den Werten, die mir dann zeigen, okay, hier im Juli oder im Februar in London, da gibt es die wenigsten Regentage. Dann in München vom letzten Jahr, hier gab es die meisten, da ist dann ein entsprechender Trend abzusehen und kann dann vielleicht entsprechend meine Urlaubsplanung machen. Kommen wir zu den Symbolsätzen. Also ich habe hier einen Trendverlauf. Ich habe hier Note, erste Probe, Noten, zweite Probe und dann gibt es hier einen entsprechenden Trend. Und sagen, okay, ich habe hier Symbolsätze, am besten hier mit den Pfeilen, mit dem Trend. Also wenn ich vorher auf dem Vierer war, habe ich jetzt einen Einser, geht der Trend natürlich nach oben. Hier nach unten, erste Probe Einser, zweite Probe Zweier. Und hier hat sich nichts verändert, hier ist es neutral anzusehen. Ich kann hier aber noch entsprechend herausarbeiten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel hergehen und sagen, weitere Regeln. Dann mache ich nicht nur drei Symbole, sondern ich brauche dann vier Symbole. Und wenn sich der Wert um zwei unterscheidet, also ich habe jetzt hier den Wert drei, dann kann ich auch hier das umstellen. Dann sage ich, wenn der Wert sich um zwei unterscheidet, dann habe ich einen grünen Pfeil nach oben. Ansonsten, wenn er um einer sich unterscheidet, umstellen auf Zahl, eins, hier auch, da bleibt die Null. Und dann habe ich praktisch nur die Werte, die sich über zwei befinden, so dargestellt, dass ich also den absoluten Trend herausgearbeitet habe. Und alles andere ist dann praktisch zurückgestellt.